Ich teleportier mich da lieber mal raus, dass du da, ähm, irgendwelche, äh, noch jetzt eine Mission machen musst. Das ist, äh, schon ganz toll. Aber wie ich das so sehe, 87%, könnte doch schon sein, dass ich das jetzt für fertig kriege. Was ziemlich geil wäre, muss ich ehrlich sagen. Und dann kann man nämlich nächstes auch noch eine Session gleich angehen, äh, sorry, und dann Löwenstein direkt. Wobei, 15 bis 15 ist das, das ist die Wildnis und, achso, ne, ja, das ist, kann man hier eigentlich von diesem Gebiet ja auch in die Wildnis reingehen? Ja, hier. Würde gehen. Nee, aber wir machen erstmal das. Vor allen Dingen möchte ich auch nochmal das, äh, Char Jump'n'Run Gedulds machen, was ja nicht funktioniert, was ich ja letztens mit meinen anderen Charakteren nicht aufgenommen habe, weil er da die Aufnahme rumgespackt hat. Äh, wo ich halt immer sehr große Aggressionen habe, weil das einfach so übelst kacke ist. Das ist bestimmt lustig anzusehen. So, jetzt haben wir, ah, jetzt haben wir hier oben noch, oben, da oben, oben, haben wir noch was. Aber, wie komme ich da jetzt hin? Ich muss da ja nach oben. Ich denke mal hier so durch, ne? Wow. Wow. Alla, hab ich ja nicht, den, den Kreis hat man gar nicht so gut gesehen hier. Lass mich verarschen. Okay, jetzt hat er beim nächsten Mal vielleicht mal, äh, wenn die Gegner zu nah an mir rankommen, äh, anfangen mit, äh, Nahkampfangriffen. Weil ich kann ja auch, äh, Nahkampfangriffen machen, ne? Dafür habe ich ja auch die andere Waffe ausgerüstet. Da oben müsste das sein, dann müssen wir uns nur hier hochkämpfen. Nein. Einmal habe ich, äh, gesehen, dass, äh, der das machen wollte. Alter, wie oft kann er das mit der Mando machen? Das ist ja voll, voll cheating. Wie weit muss ich da, na, nicht mal weit, aber da sind ja so viele Gegner hier gerade auf dem Weg. Nein, das habe ich. Nee. Da. Fertig. Huh? Wie fertig? Aha. So, wahrscheinlich muss ich jetzt kämpfen, ne? Danke, grüßt, darf ich euch eine Flasche meines Schleim-blasierten Getränks anbieten? Achso, wir sollen trinken. Ja, aber natürlich. Okay. Wir sollen jetzt also... ...trinken. Boah. Okay. Achso, und dazu, dann werden wir auch noch zu so einem Schleim. ...die sind jetzt alle immer noch Aggro-Schade. Das ist aber irgendwie lustig. So, ich teleportiere mich gleich da mal. Kann ich mich auch im Kampf raus teleportieren? Nee. Aber du hättest halt wieder nachgedacht. Weil, äh, na, hier wird irgendwie angezeigt, ich muss nach da unten eh hin. Ja, scheiße, ich muss hier weg. Aber ich will nicht in, ich will nicht in deinen Kampf verwickelt werden, indem ich gar nicht verwickelt werden möchte. Komm her. Komm her. Ah, jetzt greife ich den Gegner hier noch an. Das ist natürlich... Boah, ich will doch hier nur weg. So, wehe ich muss jetzt nur noch... Nee, ich bin nicht mehr in den Kampf dran, alles klar. Weg hier. Boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Außerdem, ich muss hier nochmal kurz gucken. Und daher habe ich jetzt hier irgendwie was, was ich... Nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Oder muss ich ja hier mal wieder verkaufen. Und dann sollten wir uns darauf fixieren, dass wir den nächsten Fähigkeitspunkt uns holen. Fehler! Ich will doch aber auch noch irgendwelche Leute, wo ich verkaufen kann, ne? Wo geht's denn eigentlich hier hin? Achso. Okay. Wirklich? Ja, ich komme jetzt zum Königsjahr. Wenn ihr darauf warten wollt, dann kommt ihr hier nie weg. Lasst sehen, ob ihr Geld dabei habt. So. Den Rest verkaufen. Und jetzt... Muss ich nach da unten irgendwie hin. Oh, hier hin. Da ist auch noch so eine entdeckte... Unentdeckte Sehensrödigkeit. Das machen wir dann gleich mal Miet. Wie geht es denn hier hin? Also irgendeine Tod. Kann man da irgendwie... Nee. Ah. Okay. Okay. Obwohl... So okay sieht das nicht aus, denn... Das geht ja in eine ganz andere Richtung. Achso, aber hier so. Okay, alles klar. Nee, nee, schon okay. Aber warum müssen denn hier spinn sein? Das ist das denn, ja. Ah Aber da hast du ja Da ist schon noch ein anderer Spieler Nice und noch ein anderer Spieler Nice So will ich das haben Die machen nämlich dann alle schon mal hier platt Dann kann ich hier einfach durch Ja genau Als Jetzt ist das wieder so ein Kotzen Genau immer ich Naja wir sind angekommen Hier kriegen wir einmal das Das 16 von 17 Das heißt der fehlt uns noch eins Oh Gott mitmachen Wieso hat das nicht gezählt Achso weil das gar nicht Weil das gar kein Event ist Wir sollen hier harmonisieren wieder Die Oberfläche der heißen Quelle Kreiselt sich und wirbelt mit einer Fesselnden Komplexität In die den Geist murft Und den Körper entspannt Wasser ringt Und die Höhlenwände hinab Und murmelt von lastig Von längst vergessenen Vergangenen Vergessenen Vergangenen Und auch noch mal vergessenen Tagen Und wir kommunizieren Ein wenig Wo müssen wir jetzt hin Nach da oben Ich denke mir Ich werde von hier losgehen Und dann da so lang gehen Machen nur noch eine Wegpunktmarke Einen Aussichtspunkt Also ich brauche von allem Außer den Herzen Dingern Eigentlich nur noch eine Sache Das ist schon cool Hier Der Destiny Gods Such noch fleißig Mitspieler Nee, nee, mein Junge Obwohl ich da natürlich noch rein kann Aber Dann repräsentiere ich nicht Das geht dann leider nicht So Achso Ja klar Natürlich Kein Gegner Wenn ich jetzt einfach hier so lang gehe Oh man Die rennen auch immer genau solche Wege Dass sie halt immer Zu mir denn auch hinkommen Das ist doch Das ist doch so gewollt Genau wie Wie in Guild Wars 1 auch schon Oder schon vorprogrammiert war Dass hier ein Spieler hinkommt Und Die Gegner genau da dann hingehen Ich möchte es jetzt ausrüsten Geil Das nächste Vieh So Da haben wir das Und jetzt Und jetzt Sollen wir hier so Da Irgendwas machen Hier ist zumindest Äh Wieder ein bisschen Safe Safes Gebiet Hier wird Hier wird wahrscheinlich wieder gekämpft Äh Ich habe die Geburt Eurer Legende Verfolgt Irgendwann Karagaut Schaut Nicht so überrascht Dreien Und erwartet auch Nicht von mir Euch Erzähle Ne Euch zu erzählen Wie lange ich Eure Taten Ich hasse es Wenn Spieler das machen Bei solchen Sachen Kann ich leider nicht Vorlesen Den ganzen Text Wenn halt ein verkackter Spieler Schon meint Das alles abbrechen zu müssen Vor allen Dingen Einer der in der Gilde Drin ist Die TKKG heißt Also da muss ich schon An Intelligenz Mangel Äh Der Typ muss schon An Intelligenz Mangel leiden Glaube ich Das ist Spaß Kann ich dir jetzt nochmal vorlesen Das ist eine Zeit Naja Das ist was anderes Okay Also sorry Wenn sowas passiert Wenn solche Intelligenzbolzen Kommen Und einfach meinen Hier Ne Das natürlich Dann kann ich dann dummerweise Nichts machen So ich entdecke Hier nochmal Das Gebiet Bevor mir Bevor einfach mal Das Spiel sagt Entdeckt das doch mal Und jetzt muss ich hier Irgendwie rein Aber ich sehe schon Die Brücke Moment Ja ich gehe da einfach mal unten hin Das werden wir aber nicht mehr schaffen Denn die Zeit ist um Aber Wir haben hier nur noch so wenig zu machen Ich werde Ich werde das beim nächsten Mal mal so Handhaben Äh Dass wir Ähm Zuerst noch den Rest hier erkunden Danach das Level abmachen Und dann die Story Mission machen Das macht glaube ich am meisten Dann auch Sinn Und dann würde ich jetzt noch hier bis zur Was ist das denn da eigentlich Also Wird hier noch bis zur Brücke laufen Ja und äh Weiter geht es dann In der nächsten Aufnahmesession Und äh Da werden wir dann äh Löwenstein Ich hoffe mal Dass wir das dann auch schaffen Bis dahin Aber ich denke mal schon Dass wir dann Löwenstein Zumindest schon mal angehen Also bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal